so guten tag und willkommen zurück ich würde gerne zuerst spielen ja bitte ich möchte diese hand auch sehr gerne halten weil sie gut ist man die wahrscheinlichkeit dass ich in so einem spiele nee ja ist okay ist okay ich kann damit leben zack zack sludge crawler ist einfach die beste karte für den anfang weil man selbst wenn man im zweiten keine nichts hat was man spielen kann man kann immer noch ihn buffen hat damit quasi schon in der zweiten runde eine 2 2 mit der man angreifen kann unfucking fassbar er hat nix das ist okay damit kann ich leben mal spielen wir mein zug 3 ist angekommen er kann nix machen hat kein mana deswegen ingest hat auch noch und ein island hat jetzt nicht mehr gezogen weg mit dem mana naja das gefühl der kotzt hart hat er irgendwas was er spielen kann nichts was er spielen kann mein zug 4 ist angekommen läuft alles sehr sehr gut hier gerade hätte angreifen sollen ich habe zu schnell weiter geklickt naja wenn mir dieser einen schaden jetzt am ende ich konnte ja doch egal ich kann immer nichts spielen willst du mich verarschen tue wie viel pech kann man haben noch zwei leben dazu habe einen weiteren flieger das läuft gut allerdings geht uns jetzt ein bisschen die puste aus es sei denn wir ziehen ein wald dann ist es okay dann ist es okay so ingest planes mehr mana weg dein ganzes mana landet im exil für immer oh hier kann man spielen mist oh er hat einen sheardrop gezogen schwein naja immerhin kein ingest dabei oder ähnliches äh quatsch kein awaken meine ich achso das habe ich schon das hat er gezählt okay ingest mehr schaden Pilgrim's Eye was denn Pilgrim's Eye ach das ding okay können wir die zone wieder zumachen was spielt er jetzt irgendwas gutes okay anticipate er kann einmal drei karten angucken eine auf die hand nehmen und zwei wieder runter tun soll er machen ich weiß nicht ob du lang genug lebst als dass dir das noch was bringt wenn ich ehrlich bin zwei fünf sechs sieben nee noch kann ich es nicht gewinnen ja okay kann er was machen in meinem abgieb will er was machen in meinem abgieb ich weiß es nicht genau mal schauen ähm nö würde ich gern mit beiden angreifen blockst du ihn ich spiel dich denn die Tomatsas Fokus und er überlebt wäre sehr schön weiß genau du kannst höchstens traden oh oh ja okay Die Bufferung kam nicht durch. Das war echt zu spät. Egal. Wenn das demnächst so wieder nicht blockt, dann habe ich gewonnen. Aber nicht, dass mir das jetzt das Spiel noch kostet am Ende. Andersrum, ich habe 23 zu... Oh, shit, der hat auch einen Krillgriffin. Okay. Das macht es interessant. Ja. Ich würde jetzt doch schon mal gerne ein Waldspiel ziehen. Wenn ich ehrlich bin. Gib mir einen Wald. Gib mir einen Wald. Ich habe nicht noch einen Combat Trick und du nicht. Ja, bringt mir nix. Okay. Würde ich gerne angreifen. Mit den beiden. Tag. Tag. Setz deine Blocker. Jo. Oh. Oh. Ähm. Drei. Mehr bringt es mir eh nix. Dann, ja. Ja. Warum hat der jetzt den genommen? Ich wollte... Hä? Warum konnte ich den nicht mehr verteilen? Was ist das für ein Scheiß? So ein Scheat. Ich wollte den Greifen kaputt machen. Okay. Kein Problem. Schieben wir es auf, ähm... Bedienfehler. Und nicht auf meine eigene Dummheit. Unfassbar. Okay, er screit. Vier Stück. Dann darf er drei ziehen. Das ist halt hart. Jetzt hat er acht Körner auf der Hand. Hat wieder Mana. Kann er damit was machen, ist die Frage. Ein Sumpf hilft mir nicht viel. Ich bräuchte einen Wald. Aber okay. Angreifen bringt mir nichts. Von daher... ... sind wir erstmal fertig. Und hoffen, dass wir gleich einen Wald ziehen. Ohne Wald kann ich mir nämlich keine weiteren Wälder holen, um dann die anderen Sachen zu ziehen. Und so weiter und so fort. Und den Starry Ward kann ich dann auch nicht spielen. Jetzt wird es so langsam... ... wieder ein bisschen fickerig, ... dass er auch seine starken Kreaturen spielen könnte. Lass dich einfach mal durch. Weil ich kann. Mir keinen Grund, das zu blocken. Ich habe noch 23, ich habe... ... also jetzt 21. Ja, okay. Mit irgendwie sowas habe ich gerechnet. Ähm... ... gut. Colustral Nightwatch hat kein... ... Flying im Moment. Das heißt... ... in der nächsten Runde wird er wahrscheinlich mit beiden angreifen. Dann werde ich den blocken. ... ihm zwei Schaden machen. Dann habe ich noch einen und kann vier auf den verteilen. Kann also mit... ... Rolls Retribution mit zwei weißen und eins, zwei, drei habe ich genug Mana für. ... das tun. Okay. Lasst uns das tun. People's. Das ist riskant. Das ist riskant. Trotzdem. Das ist riskant. Er hat einen Island gespiegelt. Was kommt jetzt? Gott sau. Will ich das jetzt machen oder will ich das nicht machen? 4, 8, 9, 10, 11, 12, ne, muss jetzt sein. Können wir nicht die Gegend tun. Und der ist bitte kein Konterspell mehr oder ähnliches, sonst kotze ich. So, das ist schön. Oh Gott, der tappt schon wieder so viel Mana. Jetzt kommt sein ganz Ruvel, ich hasse es. Ein Forest, na endlich. Gut. Erstmal spielen wir den. Damit wir seinen blöden Glocker blocken können. Und dann nehmen wir das. Wir drücken uns ein Land. Nehmen wir einen Forest. So. Wir sind dann erstmal fertig. Da spielen wir noch den Wurm. Ne. Und den Wurm. Beide! Und jetzt hat er noch einen Combat Trick. Ich sehe es kaum. Natürlich. Er hat Tandem Tactics. Ne. Geht ins Reproach. Un-fucking-fassbar. Alter, was ist denn das jetzt? So gut aus am Anfang. Jetzt verliere ich das ernsthaft noch, oder was? So blöd. Jetzt reg ich mich auf und mache Fehler ohne Ende. Das hätte ein 3-4er sein können, mit der ich das Land hätte blocken können. Wahrscheinlich macht er jetzt eh schon einen kaputt. Natürlich. Ja. Okay. Ich würde es gerne konziden. Du Arsch. Okay. In der zweiten Runde gibt es keine Gnade mehr. Dann mache ich dich jetzt fertig. Das kannst du so knicken. Da wirst du fertig gemacht. Aber hart. So. Ja. Die wird behalten. Ich bin nämlich dran, dass Emissary das spielen kann am Anfang. Danach kommt das Grey Thorn. Dann habe ich hier ein bisschen Landfall wieder. Und dann läuft das. Zuerst spielt sie da sein Doppel dann wieder am Anfang direkt. Na. Kann ich schon mal spielen? Nein. Gut. Und danach kommt der Flieger. Und dann haben wir noch Tandem Tactics fürs nächste Mal. Bzw. ne. Ich spiele das Under Great Horn. Ja. Du hast ja auch 2 und 3. Und. Kannst du wieder nichts machen? Das ist echt ein krasses Late Game Deck. Okay. Ne. Ne. Quatsch. Ich muss erst in Land spielen. Zackdiwupp. Ach wirklich. Geht ins Reproach. Jetzt schon. Na gut. Wir wussten, dass er es drin hat. Wir konnten nicht drum herum schmissen. Es hat sich einfach nicht gelohnt. Jetzt macht er meine Kreaturen noch schwächer. Der hat echt geile Karten rausgeholt. Also die Kombination ist echt gut. Die er da hat. Ähm. So. So. Das ist so ein Kack. Und ich kann es nicht kaputt machen, weil ich davon nichts entdeckt habe. mit Grün. Da habe ich nichts davon gezogen, wenn ich mich recht entsinne. Eigentlich. Ach. Kacke. Egal. Das bin ich trotzdem noch. Irgendwie. R2 Removal bis zum Umfallen. Alter. Jetzt ist aber mal gut hier. Langsam wird es echt unlustig. So. Was kriegen wir? Na? Komm schon. Ich will den Karte ziehen. Du Horst. Ich wollte es wieder duschen. Was uns nicht all zu viel bringt. Oh. Was. Dauern. Jetzt ist es vielleicht noch so einen Ball ist. Fis. Ich brauche es nicht. Das ist auch nicht passiert. Das ist wirklich. Es wäre schon da oft. Ich brauche es nicht. Also ich brauche es nicht. So, möchtest du irgendwas blocken? Wahrscheinlich lässt das durch. Oh, doch nicht. Okay. Mal ihn nochmal buffen, das wird gebufft, schön, Ingest wird getriggert, mounten, sehr schön, kein rotes Mana für ihn, das ist gut, sein gesplashtes Mana ist einmal weg, und er hat direkt den zweiten gezogen, na toll, und Kalle Lespels cast one less to play, na wundervoll, nicht nur das eine, sondern jetzt auch das andere. Hier kommen nur schlimme Dinge dazu. Na, worüber denkst du nach, Typ? Mhm. Altinicana-Assassin. Schön. Ich darf dann einfach mal weiter an. Vielleicht blockt der den, aber, ja gut. Hätte ich auch anders aufgenommen. Man weiß es nicht. Und Mana ziehe ich auch nicht mehr. Ich meine, ich habe ihn zwar auf 13 runter, aber, hm. Natürlich ein End of Renewal. Was sonst? Ja, ich habe ihn mal am Anfang halt nicht kaputt gekriegt. Jetzt macht er mich dann am Ende wieder mit seinen ganzen teuren Sachen kaputt. Ähm. Tja. Läuft trotzdem mal an. Und damit mache ich noch was kaputt. Ohne, dass du was dagegen tun könntest. Hoff ich. Block mich doch, du Sau. Mach deinen blöden fliegenden Engel kaputt. Ne? So. So. Jetzt ist er dran. Habe ich mal so getan, als würde ich nachdenken. Was ich in Wald nicht getan habe. Hehehe. Ja gut, er geht jetzt halt kaputt. Aber hey, was willst du denn machen? Das war ein guter Tausch, finde ich. Was hat er noch? Ne, eben hat der auch noch. Achso, ja klar. Drei Fall habe ich. Zwei, vier, drei Mann. Das ist aber auch schon ziemlich krass, wenn man ehrlich ist. Was kommt jetzt? Ach, den kann er schon spielen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hä? Achso, kostet einer weniger. Ja, klar. Ähm. Gut, so. Beilang ich jetzt nicht gleich die Starses kriege, haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem? Bin mir unsicher, ob wir ein Problem haben. Vielleicht kriege ich auch Lifelink. Äh, qualit irgendwas mit Leben und dann kann ich... ...mein er zumindest nicht belongen. Oder ich ziehe meine zweiten Tandem-Tactics. Nö, wir ziehen Planes. Weil wegen... Wieso? Weil wegen... Gut. Es scheint, dass ich die ersten beiden Spiele echt Glück und das... Zweite habe ich halt... Das erste von diesen habe ich verkackt. Da bin ich halt, war ich schlecht. Kann man nicht anders sagen, leider. Da habe ich verkackt. Nämlich nicht den Vogel kaputt gemacht habe, sondern den anderen. Und wir müssen einen davon opfern. Und... Weil mein Flieger am Leben geblieben. Ah, er Trampel. Ich habe trotzdem den Schaden gekriegt. Allerdings nur 6. Jo. Leute. Warum bin ich eigentlich so dumm gerade? Jetzt spielt da auch noch irgendwas. Drowner of Hope. Ja, alles klar. Ist halt so arschig, dass seine Science fast genauso stark sind wie meine gerade. Einfach nur weil er meine total schlecht macht. Ja, okay. Hat er gewonnen. Schade. Hat er da eine gute Karte, also eine ziemlich gute Karten gehabt und ich habe einmal verkackt leider. Naja. 0 zu 2, wie steht es bei den anderen? Die sind noch dran. Dann warten wir einfach mal, bis ich meine Booster kriege, weil ich eins eins stehe. Drei Stück gibt es dafür. So, und da gibt es die Booster. Drei Stück. Wir machen sie mal auf. Äh. Other Products. Indica Booster. Open all of these. Mal schauen, was wir drin kriegen. 15 Karten dürften es sein. Planner Outburst. Richtig gut. Destroy all non-land creatures. Ist schon gut. Also non-land heißt alle Kreaturen, die keine verwandelten Länder sind. Der Growth Rumbler. Meh. Rolling Thunder ist eine sehr gute Karte. Slap Hammer. Mh. Ist ziemlich gut für Landfall. Decks. Insular Port Cutthroat. Sehr schön. Unified Front. Auch okay. Culling, Dawn und Grave Burthing. Nicht so mein Fall. Noch eine Patrouille. Leistung. Do it. Sind einige ziemlich gute Karten dabei. Ist okay. Kann man mit leben. Okay. Das war es dann vom letzten Anfänger Draft. Ich habe keine Tickets mehr übrig. Jetzt muss ich die richtigen nehmen. Den großen Draft mit den bösen Jungs. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen eher aufs Maul kriegen. Als jetzt in den ersten Spielen. Aber mal schauen. Das war es soweit von mir. Wir sehen uns dann irgendwann demnächst wieder mit Magic. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.